Leute, seid ihr bereit für den Endkampf? Alter, hier kommen wir! Oh, die Stelle kenne ich aus dem Intro, mit dem Omnicube. Und wer bist du, wenn ich fragen darf? Wow, ich bin ja so beeindruckt. Oh mein Gott, er hat die Brücke zerstört. Verdammt, jetzt gibt es keinen drin mehr. Komm her, Alter! Wo ist Alter? Hey, wo ist dein Meister? Du bist so eine Maschine. Zeige dich. Da kommt er. OMG, eine Sprachausgabe. Okay, Leute. Es geht los mit Stage 4 vs. Altair. Und seine Maschine kämpft mit, wie ich sehe. Okay. Oh! Was? Kämpft ihr miteinander oder gegeneinander? Sollte ich echt hin? Ähm. What's the... Ja, ihr seid ein tolles Team. Oh Gott. Das war... Es ist... Oh mein Gott, sie fusionieren! Wow! Flashback! OMG, jetzt sieht er noch cooler aus. Aber macht ihn das auch stärker? Wir werden es gleich herausfinden. Was ist zum... Er kann sich... teleportieren? Hallo? Lass stehen! Was? Jo, wer ist das denn bitte? Hey! Immer wenn ich ihm zu nahe komme, dann teleportiert. Moment mal. Dann greift ihn halt aus der Ferne an. Wow! Das war knapp. Bam! Okay, das funktioniert. Was? Verdammt. Ich geb dich auf. Komm! Ich treff dich noch. Ja genau, laufe die Bomben zu. So ein Trott. Komm jetzt. Du stirbst jetzt. Oder auch nicht. Ja, verdammt. So. Okay, Leute. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Deshalb kann ich nicht so viel reden. Das ist ein wirklich harter Brocken. Naja. Die erste Form war nicht so hart. Wenn ich ehrlich bin. Aber der hier... Der hat schon so einiges drauf. Herzchen! Guck mal hier! Guck mal hier! Verdammt. So, jetzt hab ich dich. Komm! Verschwinde von hier! Ha! Hab ich dich damit besiegt? Ähm. Regulus? Was macht ein Regulus hier? Das werden wir ja sehen. Wie hab ich... Was? Äh. Das war's? Hab ich das Spiel damit durch? Wow. Ich habe RLT besiegt. Yeah! Muhaha! Ich habe die Bomberwelt... Äh. Bomber... Manwelt. Wie auch immer. Gerettet. Muhahaha! Ah. Elder ist entkommen. Aber ich habe ihn besiegt. Muhaha! Und da sind die ganzen Tiere. Well done, Bomberman. Elder got away. But that can't be helped. To be honest, I'm a little disappointed in you. I'll probably never see you again. Take care of yourself. Was? Du bist so enttäuscht. Ne, wie die muss es sein. Wir haben das Spiel durch! Muhaha! Und die Tiere freuen sich. Alle freuen sich. Und... Wir sehen nochmal, wie die ganze Geschichte angefangen hat. Wie Elder angefangen hat, unser Planet anzugreifen und zu bombardieren. Und... Ja. Ein sehr schönes Let's Play. Es hat mir Spaß bereitet. Das war ein etwas kurzes Let's Play, aber dennoch. Es war lustig. Ich habe dieses Spiel geliebt. Ich bewegt dieses Spiel immer noch. Und so hat alles angefangen. Äh? Boom! Doch nun ist die Welt gerettet. Aber war das wirklich schon alles? Aber war das wirklich schon alles?